Hier ist ein gelber Pilz. Hier ist ein Geist. Okay. Ja, jetzt zieh ich ihm ein mit der Fackel über. Neue Rezepte gibt es? Ne, warte mal. Ich gehe nochmal kurz nach hinten. Hier hatte ich einen Pilz gefunden. Und hier war noch Skelett-Überreste. Wer ist hier nicht? Stimmt, was bringt denn das? Wenn man den Geist... Wir haben hier, wenn du da drangehst, dann siehst du, wo der nächste Endboss ist. Ah. Okay, der ist unten rechts. Ah, alles klar. Der uralte. Ja. Der kann man sich auch markieren, ne? Ja, der bleibt markiert. Ah, okay. Oh, schön. Oh, Gott sei Dank. So. Hier war mal dann... Hier drinnen ging es nicht weiter, ne? Nee. Nee. Hier genau. Wir sind diese Seite schon mal fertig. Genau. Das war die Tür, glaube ich, wo ich drin war, ne? Ja. Hier mal lang. Vorsicht, kommt noch eins. Oh. Kann man ganz hinterher, die ich so aus der Ecke. Hier ist auch noch eins. Weg ist es. Ah, sehr gut. Gelbe Pilze. Alter, hier gibt es ein Oh-Oh. Ein ganz großes, rotes Skelett. Ist auch was. Aber das muss man blocken. Da hilft das Schild auch nicht mal. Ich nehme mich jetzt mal kurz raus. Ja, ich muss mir was reinstecken. Ja, Vorsicht, es kommt. Okay, es ist weg. Ich versuche es mal mit den Pfeilen zu bearbeiten. Vorsicht. Ja, ich habe das große. Ja, sehr gut. Ich habe auch nicht mehr so viel Leben gehabt. Jetzt habe ich ein bisschen mehr, ne? Ich habe jetzt 56, 62. Oh, das sieht aus wie goldene Schilde hier, ne? Ja. Gucken, Truhe. Okay, Rubin ist drin. Sehr gut. Geld ist auch drin. Ist das rausgesammelt? Ja. Alles. Ist noch ein Pilz. Sehr gut. Hier ist noch ein Truhe. Kannst du. Ja. Da sind sogar Pfeile drin gewesen. Mal was gesnackt. Oh, lecker, lecker. Vorsicht, Skelett. Hier geht es ja richtig runter. Ja, ich bin voll runtergefallen im Tunnel. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass es so nach unten geht. Ne. Los, Skelett wieder. Aber mit oben. Los, tot. Und hier ist ein Kern. Sehr gut. Kannst du hier nehmen. Was nehmen? Was hier, oder? Ja, hier müsste ich wieder hochgehen, ne? Genau, kann man wieder hochgehen. Es gab ja noch ein paar Türen, glaube ich. Okay. Oh, Energie ist noch bei 70. Das sieht sehr gut aus. Oh, meine ist jetzt auch wieder auf 77 gestiegen. Aber meine Keule ist schon ziemlich ramponiert. Ja, meine ist auch so ein Stück über die Hälfte kaputt. Da ist noch eine Truhe. Okay. Gold. Dann das. Und wieder Pfeile. Okay, hier ist noch eine Tür. Was hat mich, glaube ich, in einer anderen Tür, ich komme. Also, okay. Sehr gut. So, das soll ich. Ja, ich habe jetzt 23 Pfeile schon eingesammelt. Das ist auch nicht schlecht. So, und du warst hier hier. Okay. Und ich auch noch so ein Kern. Und ich glaube, fünf müssten wir dann jetzt haben. Ja, würde ich auch sagen. Ging es längst noch mal lang hier. Ach, warte mal, hier ist noch eine Truhe. Hast du die ist leer? Schon drin. Oh, das ist zurückgehen. Okay. Jetzt habe ich mich nicht verabschiedet. Ich habe voll die vororientierten verloren. Na, hier geht es raus. Okay. Gab es hier noch nicht? Ja, und oh, nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alle abgegrast. Hier ist eine, die ist aber zu. Die können wir ja dann. Hier gibt es noch eine. Ah, warte mal. Dann komme ich mal zu dir. Stimmt, da war noch gar nicht drin. Ah, blödes Skelett steht da und zielt schon. Ich hoffe, wie ich es treffe. So. Ich kann wieder Fleisch essen. Sehr gut. Ja, das war's. Stimmt, hier geht es auch nicht weiter, ne? Nö. Ich hoffe, dann haben wir das komplett. Cool, dann können wir ja zurück. Ja, zurück oder halt gleich zum nächsten. Aber ich müsste meine Keule definitiv reparieren. Ja. Vielleicht besser zurück, oder? Ja, würde ich auch sagen, weil wir sind gut ausgerüstet, haben viel eingesammelt. Ähm, ich habe jetzt 73 an Energie. Das sieht auch gut aus. Wir können hier kurz heilen. Ja, genau. Alter. Ist das aber gut. Die haben dich gut erwischt. Ja, ich habe nur Energie 8. Ich kann auch nichts essen zur Zeit. Muss ich kurz warten. Ja. Schade, im Dungeon kann man keine Reparaturkiste bauen. Okay, da gehe ich schon bei 16, aber hoffe, dass ich gleich was snacken kann. Oh, mein Magen ist voll. Oh, ich habe einen Würfel gefunden. Ah, du trägst so viel. Ja, ich muss ein paar Sachen wegschmeißen. Schmeiß mal Holz weg. Genau. Okay, ja, wir regenerieren uns langsam. Hm, genau. Ich bin jetzt auch bei 32. Da haben wir aber Glück gehabt. Ja. Alter, aber gut, dass du das gesehen hast. Ja, dann gucken wir mal, was es so gibt. Genau, es geht aber hier lang. Vor uns war noch eine Tür. Ach, du meine, bitte. Ach, du heilige Neune. Oh, öfflich. Jetzt hat er mich auch wieder vergiftet. Okay, Energie bei 52, das ist gut. So, den nächsten Würfel haben wir. Sehr gut. Ja, hier ist noch einer hinter uns. Ich muss ein paar Sachen wegschmeißen. Hier, das Harz kann weg. Die Steine können auch weg. Das ist wieder alles aufgenommen. Warte mal, ich kann... Nee, das liegt hinter dir. Im, äh, im Tor. Nee, nee, ich meine jetzt, du bist überladen. Draune von Draune. Ich kann mich aber bewegen, ganz normal. Sehr gut, weil vorhin hast du so geschwitzt. Ja, genau. Ja, genau. Das ist vorbei. Holz, genau. Holz hatte ich ja weggeschmissen. Hier gibt es auch noch, komm mal zurück. Aber du bist sehvoll, ne? Ja, genau. Hier gibt es nochmal zwei, drei Kerne. Alter, dann können wir ja auch echt schon das Ding bauen, ne? Ja. Nehme ich die einfach mal mit auf. Draune gibt es ja. Oh, die kann ich auch nicht ertragen. Krass. Vielleicht kann ich... Kannst du aber die Kerne zu meinen Kern packen? Ja, genau. Aber du bist zu schwer, oder? So, Rubine konnte ich jetzt noch tragen. Ah, Ort bereits auf Karte hinzugefügt. Sehr gut. Du hast die Kerne eingesammelt, ja? Genau, drei Stück. Sehr gut. Dann haben wir wieder fünf, oder? Ja, genau. Ich habe... Drei sogar. Sechs haben wir dann. Kann man so eine Kölerei da bauen. Mhm. Holz, den brauche ich nicht. Hier gibt es auch noch mehr Holz. Oh, Mensch. Warum geht der denn da nicht rein, ey? Wiener. Dann nehme ich die Pilze, ne? Du bist ja eh schon voll. Ne, bist du noch doch nicht gut. Nein. So, jetzt trage ich zu viel, sagt er. Das ist schlecht. Oh, oh. Oh nein, ich sterbe. Lauf. Lauf weg. Schlag drauf. Mach was. Ach, den Geist. Ja. Ja. Oh, Gott sei. Oh, das war knapp. Ja, bei mir auch. Jetzt kann ich Erdbeeren futtern. So, Erdbeere. Sehr gut. Mehr Kerne. Alter, wir sind ja richtig hier. Im Kernhausen. Das war kernig. Dann habe ich jetzt fünf Stück insgesamt. Richtig nice. Ja. Sollen wir münzen. Ja, geil. Dann können wir jetzt eine Kölerei bauen. Können wir nach Hause laufen. Ja, genau. Falls die nicht alle da unten, äh, da draußen auf uns warten. Und dann... Können wir noch Karotten anbauen. Bienenstock. Ja, richtig. Oh, das ist jetzt auch hell. Gott sei Dank. Oh, das ist jetzt auch hell.